Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bi-Gender, sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau, sehr geehrte Gender-Variable, sehr geehrte Gender-Queer, sehr geehrte Intersexuelle, sehr geehrte Weder-Noch-Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Nicht-Binäre, sehr geehrte Pangender und Pangeschlechtlichen, sehr geehrte Transmännliche und Transmänner, sehr geehrte Transweibliche und Transfrauen, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transmitstern, sehr geehrte Transsternweiblich und Transsternfrauen, sehr geehrte Transsternmännlich und Transsternmänner, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrte Transfeminine, sehr geehrte Transsexuelle Personen, sehr geehrter Intersternweiblich und sehr geehrter Intersternmännlich. Ich bin ja noch nicht mit der Begrüßung fertig, Herr Präsident, Entschuldigung. Sehr geehrte Intersternmänner, sehr geehrte Intersternfrauen, sehr geehrte Intersternmenschen, sehr geehrte Intergender, sehr geehrte Intergeschlechtlich, sehr geehrte Zweigeschlechtlichen und sehr geehrte Zwitter, sehr geehrte Hermaphroditen, sehr geehrte Two-Spirit-Drittes-Geschlecht und sehr geehrtes Viertes-Geschlecht. Sehr geehrte XY-Frauen, sehr geehrte Transvestiten, sehr geehrter Cross-Gender, sehr geehrtes Nullgeschlecht und natürlich auch ganz herzlich die sehr geehrten sonstigen Geschlechter. Sehr geehrter unterstrich Nonnemacher, sehr geehrter unterstrich Bader und sehr geehrter unterstrich Mues. Die AfD-Fraktion lehnt ihren Antrag ab. Danke.